und da sind wir auch schon wieder zurück und das war der fall ich war zu leise und das spiel zu laut jetzt habe ich das spiel ein bisschen leise gestellt ich hoffe dass es in dieser aufnahme jetzt ein bisschen besser ist wir werden es jetzt sehen und weiter geht's ich habe nur ganz kurz noch gesehen wie hier vorhin der mach ich mal vorbeigelaufen ist wo ich dachte so kräfte mich jetzt so ernsthaft an aber ich stehe hier zum glück nur rum also ich war safe also ich will nicht mehr drehen ich will ich will nur ich will auch nicht mehr drehen möchte nur das item aufheben hey hey boulevard coinlocker tc3 ich aus den lockers als ob die leute alle ihre schlüssel verlieren ich soll es in serena jetzt ist gerade eine große frage ich habe nicht so viel leben wenn ich eben mal ich habe ja eh ne menge geld ins erstbeste restaurant bevor ich da rüber gehe könnte ja sein dass ich sonst angegriffen werde von manchmal oh oh yo nein alter willst du mich willst du mich verarschen er jagt mich direkt er jagt mich durch die straßen nein 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 okay man kann nicht vor ihm wegrennen see you in hurry and i don't plan on letting you get through that means you catch my drift don't you kirio-chan yeah yeah i catch your drift du willst mich jetzt nur schnell fertig machen damit ich weiter gehen kann ah ja er hat er gesagt ich brauche ja mein grund das don't it but i ain't so weak that you will get through me while your skills are all shot to shit ah if you don't want to die you better bring it okay okay auf geht´s auf geht´s auf geht´s ach er gibt mir die chance er gibt mir die minimale die chance ach ist me�로 es ist einfach eine rampine ich gehe mit mir was ich видим ich habe calculated okay Oh 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 oh, nein. Was bedeutet das? Ich check's nicht. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn greifen. Oh oh oh. Oh, er macht sein Killer-Move. What the? ich hab's geschafft aber hat sich mega zurückgehalten natürlich so so hart wie du dich zurückhält sogar ohne messer ah, the more we fight the more pumped up i get i could fight if i okay wahrscheinlich jedes mal wenn ich besiege wird das stärker werden und irgendwann ist er halt endboss mode das wird Spaß das wird echt Spaß but it looks like i lose this time we can pick up where we left off later see around Kirilloo-chan i can't avoid fighting with much more i need to be prepared at all time so i can face him whenever and whenever ah, die 10 mult? ok, learn to drink heesiworn ah ok er taucht halt nicht ständig random auf sondern ich muss gewisse voraussetzungen erfüllen wenigstens eine sache schauen wir mal fähigkeit gelernt running jumping will send your enemy flying on impact while running ok muss ich das ausrüsten ja wie hässlich alter ich muss so oft gegen kämpfen damit ich all diese fähigkeiten lerne ich brauche jetzt unbedingt etwas essen oder trinken hier direkt hier gibt es wirklich kinder co heißt die so ist in der realität auch so meine ja bei dem weich schon ein paar mal klar takoyaki hallo ich kann ich kann nichts essen ich kann nur trinken ich nehme mal getränk ja okay ich zuerst getränk und dann essen so jose wasabi nein die mit standard ja absolut die taste tapio perfect Yes. Hoho. Oolong-Tay. Absolut tasty. Tapayaki. Ich muss essen die Erfahrung nicht zu. Kräftig. Weiter geht's. So, wo ist das da unten? Hier ist ein Shop. Du durften die den originalen Namen nicht nehmen? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. First of your health and heat your little Miso-Ramen. Miso-Pock with spicy vegetables. Weil ich nicht weiß was die alles bringen. Auf mir die Von allem etwas. Das wird ja auf jeden Fall mein Geh ein bisschen zurückholen. Kein Milch. Milch ist Gift. Sagt ein weiser Mann. Dosch. Das sollte erstmal reichen. Kann ich mich auf jeden Fall immer unterwegs nicht mehr halten. So. Nehmen wir direkt mal was. Gucken. Hat mich hochgehalten. Sehr unspektakulär. Was das Feeling betrifft. Aber hey. Geht ja auch nicht nach vorne rum. Warte sollte ich dir. Ja ich sollte zuerst in Serena. Danach schaue ich mir den Laden gegenüber an. Schon wieder ein Schlüssel. Schon wieder ein Schlüssel. Okay. Wer gesagt hätte die haben noch nicht auf. Am nächsten Tag wieder zurück kommen. Dann schauen wir uns den Host Club an. Da das. Da das ist noch nicht mehr. Dann machen wir uns da. Wasst du schon so? Wasst du mit einem kleinen Schlüssel teuf? Wasst du mit einem Schlüssel? Wasst du mit einem Schlüssel? Wieuer das die Eingelung unterstieg? Wasst du mit einer Schlüssel? Wasst du mit einem Schlüssel? Wasst du mit einem Schlüssel? Wasst du mit einem Schlüssel? Not alle in diesem Schlüssel. Da gibt es die Yakuza Gangster-Shit. Äh, okay. Jetzt könnte nicht noch mehr Yakuza aussehen. Er ist ja offiziell nicht mehr Yakuza. Er wurde verbannt. Der nächste Schläger-Küppi. Keine Ahnung. Man von Stardust. Oh ja, das ist auch Rough Road. Das Problem ist, solange er da hinten in der Ecke steht, kommt er nämlich an den Rand. Oh ne. Oh ne. Du bist moros. Ich weiß nicht, ob das gut hat. Es ist halt die Frage, ob das hier auch im Schere-Stein-Papier-Modus geht. Das ist irgendwie, äh, Abrichtungen für sich stärker sind als andere. Quick-Time-Events? Krass. Krass. Okay, hab ich nicht gedacht, dass es in dem Spiel Quick-Time geht, wenn es gibt. Ich kann ihn gleich nicht sehen. Okay. Ich muss mir das gleich nochmal durchlegen, wenn das hier ist. Die Leuchten kann ich im Schimpfen nicht machen oder nicht? Oh, er wirft mich. Komm, steh auf. Steh auf. Und. Komm schon. Er wirft mich nochmal. What? Wrestler wo? Klar. O- Was für eine Dojima-Familie? Die gibt's nicht mehr. Einen Augenblick mal. Wait, 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 wait. Diese Wand-Deko. Kommt mir bekannt vor. Ist das, ist das, ist das gleiche Muster wie der Teppich im Casino? Okay. Okay, ist das? All the hosts here are adapted to Kazuki. Oh, okay. Alle haben Schulden bei ihm. So, wo ist der jetzt hin? Lisa, was geht ab? Da ist Kazuki, wo du kannst sie? Moment, okay. Dann rede ich noch mit dem einen Typ. Können wir mit dem reden? Nein. Aber was ist das denn bitte für ein Club? Die sitzen alle? Die Mitte ist die Tanzfläche komplett leer. Und hier ist halt Karaoke. Ach ja, hier sieht man wahrscheinlich später Karaoke. Wocker. Aber die VIP-Area oben ist jetzt ordentlich wirklich toll designed. Ganz ehrlich. Und hier ist es. Das war's für mich. Und wie ist der Sitzung? Ich habe vorhin schon geholfen, aber ich glaube, dass es nicht so gut ist. Was ist der Sitzung? Ja. Ich bin der Sitzung von Sera. Ich bin der Sitzung von Sera. Was? Ich bin heute Abend. Ich weiß noch nicht, aber ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Was ist passiert? Ich weiß noch nicht. Aber wir haben 10 Jahre aus dem Großartig, als die Stimme der Stimme mit den Fluchtkirchen in der Fluchtkirche von Fluchtkirchen zu machen. Als die Stimme der Stimme-Legend hat, wurde von der Stimme-Legend viel力, und dass sie anderen Stimme nicht mehr aussehen können. Aber seit ein paar Jahren, haben wir über die Stimme-Legend geführt, und die Stimme-Legend waren. Wer ist das? Oh, jetzt gibt es Stress. Jetzt kommen andere Yakuza und wollen Stress. Mein Leben ist... Oh, okay. Interessanterweise steht da, glaube ich... Übersehe ich das? Hier steht leider nix so drauf, wie viel Energie irgendwas zurückgibt. Okay, also die teuren Items geben schon ein bisschen mehr Leben zurück, als die günstigen Items. Das reicht, das reicht. Ich muss jetzt nicht full live sein. Die kriege ich wohl auch so hin. Aber Turf... Je nachdem, welcher Grund gehört, hat man ein bisschen mehr Macht raus. Auf jeden Fall mehr Geld. Simano Family. Ich glaube, hier weniger. Ja. Nein. Ich habe es nicht verletzt, ich habe es nicht verletzt Ich habe es nicht verletzt, Kiyill-san Das ist schon wieder der Oner-San-San-San-San-San-San Das ist ein Schimano-San-San-San-San Ich habe nur etwas zu haben, aber ich habe es nur ein bisschen geholfen, aber ich habe es gefragt, wie ich hierher ausfüllen Ja, schon klar. Kannst du die Geld verdienen? Yuu-ya! Das ist ein Scheiße, oder? Hey, Leute, Gaki. Jetzt ist es ein Scheiße, oder? Das ist ein Scheiße, oder? Das ist ein Scheiße, oder? Das ist ein Scheiße, oder? Yuu-ya! Was ist das? Kazuki. Yuu-ya ist das so. Wir müssen keine Geld verdienen. Weil wenn du sie einmal bezahlst, kommen sie immer und immer wieder. So läuft das ab. So, auf geht's. Auf in die Schlacht. Ach, sogar der Oda kämpft mit. Ich bin gespannt. Oh, okay. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ein Goumer hinlöst und nicht mit jemanden hinlöst. Ach, das ist der Boss, der am meisten lebt. Ok, ich darf mal wieder ruhig mit Anderell. Ich denke, er guckt nicht so gut für er war. Ah, das ist so cool. Okay, das ist so cool. ich muss sagen, das Kampfsystem am Anfang natürlich ein bisschen einkippen, weil man nicht so ein Fett aus München hat, man kann zwar zwischen verschiedenen Stilen wechseln, aber es ist schon ein bisschen durcheinander, aber es gibt jetzt eine Lebensanzeige. Ja, ein paar, ich kann doch nicht schützen, aber es ist ein bisschen schütz, ich kann doch nicht 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 schütz, dass ich die Hand machen kann. So, niemand dran. Ach, das ist der Chef, die ich nehmen würde. Hey Chef, lass mich Ruhe, ich muss die anderen erst mal fett machen. Komm zum Schluss. So, und die anderen können sich irgendwie anbieten und ich hab mir jetzt einen Boss. Oha, okay. Okay, dann bin ich das natürlich mehr. Lampe. Er hat mich getreten, obwohl einer festgehalten wurde. Alter, ist nicht wahr. Okay, ich muss ein Item nehmen und ich irgendwie so speziell muss ich machen, sobald er leuchtet. Okay, ich mache das nicht mehr. Ich ansprbe, ich ansprbe. Und ich ansprbe. ja das ja Der Heat-Mode muss bei mir auch noch aufleuchten. Ich habe mir gedacht... Du hast einen Dojima-Kumichon geklärtet. Das ist Dojima. Ich habe das beste Brot von Shimano-Kumichon gemacht. Chih-san! Instant Karma. Ich bin wirklich sehr schön, Shinji. Ich weiß nicht, was ich? Kiryu, das ist schon ein weiteres Mal, aber ich bin der Kazama-Gummi, der sich in den Kazama-Gummi verabschiedet hat. Ja. Ich bin Nishikiyama. Nishikiyama. Ich bin der Kanzai-Gummi, der Oummi-Len-Gummi, von Teradao-Bakku. Ich bin der Oummi-Len-Gummi, der Oummi-Len-Gummi. Ich bin der Oummi-Len-Gummi. Ich bin der Oummi-Len-Gummi, der Nishikiyama-Gummi. Ich bin der Oummi-Len-Gummi. Ich bin der Oummi-Len-Gummi, der Oummi oder nur noch mit Nishikiyama-Gummi. Ich bin der Oummi-Len-Gummi, die ich, Haus ist. Der Oummi-Len-Gummi hat mich-lecht und sagte mir, dass er wieder erfahren. Wunschbarangst. Heute sehen Sie im Hauptgenw. Sie haben einen 3-jährigen Mann, aber nicht mehr von der Anstattung. Und da gab es 100 Millionen. Was ist das? Sie haben 100 Millionen von der Anstattung. Sie haben sich verletzelt. Die Anstattung in der Anstattung, der 3-jährige Mann wurde. Herr Mann, morgen ist er in der Anstattung. Ja. Sie sind die Anstattung? Man, also Nishikei hat jetzt... Dankeschön für den Foto. Ah, ich muss sagen, Nishikei, also Akira Nishikei hat so viel Einfluss. Jetzt über die Jahre bekommen, aber Jo hat mich nicht einmal im Knast gesucht, obwohl ich für ihn einsetzen musste. Und hat nichts getan, als es nicht raus war. Richtig bitter. Habe ich nicht jemals die 150.000 zurückgegeben? Ja, ganz am Anfang. Ja, ganz am Anfang, ganz am Anfang haben die versucht, mich umzubringen, aber alle verprügelt. Ja, das ist die erste. Aber wenn ich mich nicht überrascht, dass ich mich nicht überrascht, dann bin ich von mir, und ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin 10 Jahre alt. Ich bin sicher, dass ich nicht sicher war, aber ich bin sicher, dass ich mich nicht weiss. Ich habe mich nicht verändert, was ich? Ich habe das nicht verändert, was ich? Ich habe es als ein Mann, die ich mir selbst erlebt, dass ich den Wohleren gewaltt, und ich habe diese Wohleren gewaltt. Wahrscheinlich wartet mal direkt vor der Haustür, Michael. So, ich habe mich hochgehealt. Yes, I'm ready. Wie, er hilft mir sogar? Yes, einmal speichern. So, ich habe mich hochgehealt.